Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Karfreitag. Ja, ihr habt gemerkt, ein paar Tage keine Folgen, ich hatte keine Stimme, der Martin lag auch flach und ja, tut uns leid. Dafür dann heute wenigstens noch zum Ende der Woche, zum Feiertag vor Ostern, eine Daily-Folge für euch. Und heute haben wir dabei Samsung, Amazon, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Netflix und Foursquare. Beginnen tun wir mit dem großen Thema der letzten zwei Tage. Samsung hat das Galaxy Fold, das klappbare Galaxy Smartphone, rausgeschickt an diverse Influencer und Tester. Ja, und was ist passiert? Das faltbare Telefon wurde natürlich logischerweise schön gefaltet, gefaltet und irgendwann ist es gebrochen. Es gibt diverse Fehler. Dann gibt es anscheinend auch noch so eine Schutzschicht über dem inneren Display, was viele für einen Screen-Protector gehalten haben und den abgemachen wollten. Und das führt auch dazu, dass der Screen dann nicht mehr funktioniert. Also auf jeden Fall ganz viele Probleme. Das kann ja durchaus bei Vorproduktionsmodellen passieren, aber in so einem Ausmaße hätten wir natürlich nicht damit gerechnet. Tja, und Samsung hat auch schon reagiert, allerdings auch nicht richtig gut, wie viele finden. Die haben dann gesagt, ja, die Leute hätten es halt auch nicht abknibbeln sollen, diese Schutzschicht, weil bei manchen Geräten stand es wohl dabei, bei anderen nicht. Und andere hätten vielleicht die Geräte auch falsch benutzt. Aber sie gucken es sich an und arbeiten natürlich an einer Verbesserung für den Endkunden, wenn der die Geräte dann kaufen kann. Und das ist in Amerika ab dem 26. April. Ja, Samsung ist ja generell erfahren mit Problemen, wie wir alle wissen aus den letzten Jahren. Gucken wir mal an, wie das jetzt wirklich funktioniert. Ich persönlich war vom Gerät jetzt auch aus den diversen Testvideos, die es im Netz jetzt gibt, auch nicht so überzeugt. Es ist wohl eher eine Spielerei und eine Demo, dass sie es einfach machen können. Und vielleicht ein Statusobjekt, weil es halt 2000 Dollar kostet. Egal, nächstes Thema. Amazon, die planen jetzt auf ihre Echo und auch andere Geräte mit ihrem Sprachassistenten eine Version von Amazon Music. Und dazu bringen, die kostenfrei ist und sich durch Werbung finanziert. Also sprich, jeder, der so ein Gerät hat, kann dann entsprechend Musik hören. Hat nicht die gleichen Möglichkeiten, wie beispielsweise, wenn man wirklich Amazon Music Unlimited abonniert hat. Oder auch Spotify hat, dass man halt diverses auswählen kann. Sondern man bekommt einfach eine große Anzahl an Playlisten und Sendern, die man hören kann. Ist also eher so ein erweitertes Radio, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, wer noch keinen Musikdienst hat, hat jetzt erstmal noch einen dann umsonst dabei. Das ist eine schöne Sache. Einen geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul, das sagt man so schön. Und gleichzeitig hat Google das auch für YouTube Music bekannt gegeben. Denn auch Google wird dann entsprechend eine Version werbefinanziert von YouTube Music auf die Google Home Geräte bringen. Sprich, auch auf andere Geräte, die mit dem Google Assistant arbeiten. Und auch da gilt wieder, dass es nicht das volle Musikprogramm. Man kann zum Beispiel keine bestimmten Künstler auswählen. Also auch dort eher so ein erweitertes Radio. Wenn wir jetzt aber schon Amazon und YouTube hatten, oder Amazon und Google, wie man es nennen möchte, dann sind wir auch schon bei der nächsten Nachricht. Denn die beiden, Amazon und Google schrägstrich YouTube, haben ihren Streit beigelegt. Es wurde ja keine YouTube-App mehr zur Verfügung gestellt für die Amazon-Fire-TV-Geräte. Und man konnte auch Prime Video nicht mehr auf Chromecast streamen. Und das ist jetzt vorbei. Man wird das wieder tun können. Die Apps oder Betriebssysteme werden aktualisiert. Es ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen im Streaming-Land. Auf jeden Fall zwischen den beiden. Aber in der Vergangenheit hatten wir ja öfters schon, dass Amazon sich mit anderen Firmen ein bisschen gebieft hat. Und am Ende haben sie sich doch alle irgendwo wieder bekommen. Und zum Gute des Kunden, sage ich mal, ist das auch wichtig. Nächstes Thema, Facebook. Die hatten ja vor einiger Zeit mal wieder eine Datenpanne, wo diverse Passwörter in normalen Text abgelegt waren auf den Servern. Und damals war es eben nicht nur Facebook, sondern es wurde auch gesagt, es sind ein paar zehntausende Instagram-Benutzer davon betroffen. Und jetzt hat man eine Information nachgeschoben, dass aus den zehntausenden Instagram-Nutzern auf einmal eher Millionen von Instagram-Nutzern geworden sind. Ja, das klingt nicht gut. Mal gucken, was da noch bei so rumkommt als Information von Facebook. Und wenn wir schon bei Instagram sind, die testen ja immer wieder neue Features intern oder auch mit einem geschlossenen kleinen Kreis von Nutzern. Und jetzt ist ein Feature aufgetaucht, das wohl gerade getestet wird. Und zwar wird der Like-Count entfernt. Also man sieht nicht mehr, wie viele Likes ein Foto hat. Man sieht zwar immer noch, dass bestimmte Personen das geliked haben und man sieht die kleinen Bilder und den Namen von ein, zwei Leuten. Aber nicht mehr die komplette Anzahl, also keine 5, 50 oder 500 Likes. Und so möchte man einfach wieder den Fokus auf die Bilder schieben und gleichzeitig auch diesen Herdentrieb ein bisschen reduzieren, dass Fotos mit vielen Likes dann noch mehr Likes bekommen, weil Leute denken, ja, wenn andere das liken, like ich das auch. Der Nutzer selber wird aber weiterhin in seinen Statistiken die Anzahl der Likes sehen können. Es ist nur halt für den anderen, der dann auf Instagram sich durch den Feed scrollt, nicht mehr sichtbar. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Im Prinzip glaube ich schon. Aber auch mal schauen, ob es überhaupt ausgerollt wird für alle. Es ist auf jeden Fall schon vorbereitet und auch in der App drin. Da hat es auch einen Dataminer entsprechend gefunden. Und Instagram hat es dann auch bestätigt. Ja, von Instagram zum nächsten sozialen Netzwerk zu Pinterest. Die sind jetzt auch eine börsennotierte Firma. Sie sind an die New Yorker Börse gegangen und auch relativ erfolgreich. Am ersten Tag sind die dann auch direkt mit plus 25% gestartet und sieht erst mal gut aus. Aber das ist ja auch mit anderen Firmen passiert. Von daher muss die Zeit zeigen, ob das Geschäftsmodell auch wirklich tragbar ist und dass eine erfolgreiche Aktie wird. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr daran interessiert seid, an Börseaktien und vielleicht auch an Pinterest. Und wenn wir gerade bei der New Yorker Börse sind, heute ist auch die Folge der Überleitungen perfekt, bleiben wir in New York. Und zwar hat Netflix bekannt gegeben, dass sie jetzt in New York City einen Production Hub installieren möchten und damit auch 100 Millionen Dollar investieren in die Stadt. Das wird dann entsprechend ein Office sein, das zusätzlich noch ein Production Stage bekommt, wo dann entsprechend auch Filme, Serien produziert werden können. Das tut Netflix generell schon in New York. Diverse Serien von Netflix werden dort aufgenommen und produziert. Und nun wird das einfach nochmal auf die nächste Ebene gehoben. Und ist auch ein Zeichen dafür, dass die Filmszene in New York halt auch auf dem Aufschwung ist und nicht alles nur in Hollywood produziert wird. Ja, und das letzte Thema ist leider zwei, drei Tage zu spät. Ich hätte ja gerne, habe mich schon gefreut, dass ich in dieser Woche drin war mit dem Daily am 16.04. am Dienstag etwas zu Foursquare Day gesagt. Das ist ein nutzergenerierter Tag von Nutzern der App Foursquare, der sich nämlich jetzt zum zehnten Mal gejährt hat. Genau wie Foursquare selber als Firma, als Dienst, jetzt auch zehn Jahre alt ist, ist es auch der Foursquare Day, der nämlich relativ schnell nach dem Start des Dienstes von den Nutzern initiiert wurde, auch zehn Jahre geworden. Ich habe ihn vorgefeiert am Samstag mit vielen anderen Foursquare-Superusern aus ganz Deutschland in Berlin und habe dann auch am Dienstag passend zum 16.04. Der Tag ist halt wegen Foursquare, vier im Quadrat, 16.04. Habe dann da was in meinem Blog noch zu veröffentlicht. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein und guckt mal so eine kleine Mini-Historie über der Firma und wie es denen jetzt geht. Denen geht es nämlich ganz gut, weil die machen eben B2B und nicht mehr Endkundengeschäft. Das heißt, der Check-in ist nicht mehr das, worum sich alles dreht. Also wie gesagt, linkes in den Show Notes. Wenn ihr Bock habt, schaut es euch mal an. Ansonsten wünsche ich euch ganz tolle Oster, Feiertage, ein bisschen Erholung, ein bisschen Spaß. Vielleicht habt ihr auch länger frei und ich werde mich morgen in Richtung Island verabschieden und übergebe dann an den Martin, hoffe, dass der wieder fit ist. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich von unterwegs nochmal einen Deli reinschieben kann, muss oder soll. Also, macht's gut, bleibt positiv, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.